Ja Leute, heute Abend werden wir noch das EWS World Heavyweight Title Match Don Sheen gegen Dave Blaine haben. Simi Junge, meine Damen und Herren, es ist der Held von Birkenfeld, der Stolz der Pfalz. Alter, wenn diesen Hosen fünf Stunden von der Pfalz hier zur EWS fährt, der ist Hardcore. Tja Leute, das war Mayhem.